Hi, ich bin Kenny, euer MC und ich mache euch fit für den Tough Mudder. Beim Tough Mudder brauchen wir immer wieder unsere Beine. Das heißt, wir müssen die auch ein bisschen stärken. Da habe ich eine tolle Übung für euch. Und zwar machen wir eine Kniebeuge. Direkt darauf machen wir einen Ausfallschritt nach vorne und nach hinten. Dann wechseln wir das Ganze auf die andere Seite. Meine Mudders machen das einmal vor. Wir starten mit der Kniebeuge, die Hüfte geht nach hinten unten, den Oberkörper ist schön groß, nehmen das rechte Bein vor, machen einen schönen Schritt und dann nehmen wir das rechte Bein nach hinten. Dasselbe dann auf der anderen Seite. Natürlich gerne mit einer Kniebeuge dazwischen. Achtet vor allem bei dem Schritt nach vorne gleich, dass die Ferse schön am Boden bleibt und das Knie oberhalb des Fußgelenks bleibt. Wer den Oberkörper natürlich mit dabei hat, der nimmt den immer wieder zuerst mit nach oben. Das heißt, wir setzen uns, der Rücken bleibt schön gerade und kommen dann wieder hoch. Das zeigt euch hier einmal noch. Rücken schön gerade, Schritt nach vorne, Ferse bleibt am Boden. Wunderbar, das schaffen wir zusammen. Ich sehe euch beim Tafnader.